Hi Leute, der kleine Welpe ist jetzt schon zwei Wochen alt und es hat sich einiges verändert in den letzten Tagen. Zum Beispiel hat er angefangen zu laufen, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Er hat seine Augen geöffnet und er hat seine erste Wohnkur gekriegt. Natürlich habe ich das für euch gefilmt und ja, los geht's. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.